recht herzlich willkommen zu 186 folge von city skylines ja wir sind wieder drinnen und zwar das beispiel laufen haben wir letztes mal hier unten irgendwo strom lang ziehen wollen für diese pump station hier oder was es auch immer ist mir viele nachher noch ein man könnte vielleicht hier noch probieren aber so wie es aussieht geht es da auch nicht dass die frage ob es von hier aus darüber gehen würde da wird gehen und da geht geht es auch da so dann hat man da eine reserveleitung auf deutsch gesagt na gut dann ist das auch angebunden hier ist auch gut ok hier sind windkraftwerk und da ist auch ein bisschen knapp in gewisser weise für hier oben wahrscheinlich wie gegen irgendwie wahrscheinlich nichts mehr hin deswegen haben wir da auch nichts gebaut hier oben wird noch was passen machen wir da hin einfach um hier ein bisschen sicherheit reinzubringen mehr auch nicht dann dann ist das auch erledigt noch mal eine sicherheit da so hier haben wir eine verbindung da haben wir eine verbindung hier ist eine da ist eine hier ist eine sicherung aber hier ist keine würde ich da noch gerne eine mehr hin machen hier ist eine leitung das sind drei sicherung das sollte reichen hier wäre es vielleicht noch ganz interessant eine mehr zu haben oder nur 22 sind vielleicht eine zu wenig ne so da ist eine grenze deswegen geht das nicht okay reicht das oder reicht das nicht sonst gibt es dann noch einen strommasten mehr und fertig so das haben wir auch dieses stück müssen wir mal verlängern machen wie man gerade sieht und hier ist alles gut ne ja sieht so aus als ob es gut wäre da ist alles ok hier hinten dieses gebiet da einmal angeschlossen sonst nicht da noch eine sicherung zu dem stromfeld sind es drei nach da das sollte passen hier ziehen wir vielleicht noch besser einen rüber der markt da gerade nicht so rüber da ist dann ist auch da ist nur zweimal zweimal heißt einmal so wenig oder gut passt hier ist alles gut das geht auch das kann ja zu wachsen wenn man das da macht hier sieht es gut aus hier mal zur sicherheit auch noch was hin da ist schon alles also hier geht es also hier geht es rüber da geht es rüber und hier geht es auch rüber also sollte das tippitoppi sein hier hier es ist ein bisschen knapp deswegen tendiere ich dann dazu da eine sicherheitszone aufzubauen hier funktioniert es und hier ist es bestimmt nicht verkehrt eine verbindung hinzumachen so das haben wir unser kraftwerk hier hinten wollen wir auch noch was machen und zwar von dort nach obwohl wenn hier gebaut wird haben wir diese versorgung und das ist die back up leitung naja das brauchen wir nicht machen man muss da halt nur die industrie ansiedeln oder sowas gut hier sollte auf jeden fall noch was rüber und wie sieht das hier aus da geht es nach da aber hier geht es nicht nicht kriegen wir da ein turm hin ja warte mal verlängert das ruhig mal ein bisschen gut da ist noch eine sicherheitsgeschichte dann hier ist okay hier machen wir noch eine verbindung von da nach da da lang geht da lang geht da ist gesichert so strom denke ich mal haben wir dann durch oder hier wächst es so rüber da ist eine breite stelle im endeffekt kann da nichts passieren hier ist alles gut hier wäre jetzt noch eine aber dann mal da dann mal da ok hier haben wir nochmal da hinten also vielleicht hier in der mitte nochmal einmal rüber oder da kommen wir hin machen das noch da wunderbar so auch noch eine sicherung passt würde ich sagen da haben wir schon gemacht hier ist alles prima gut dann gehen wir in die wassergeschichte rein weil da müssen wir ja noch was ausbauen da sind wir hier mal damit das hier immer für immer und ewig zuwächst das dann hier lang super so die werden jetzt da immer schön wachsen sich der sache erfreuen kann man das einfach so upgraden das geht nicht upgraden was haben wir denn hier noch für sachen neben kesselstation und geothermtische heizkraftwerk gut abreden rohr verbessern geht das dann ja so dann haben wir das auch da brauchen wir nicht rohrer verbessern oder so dann rohrer verbessert hier läuft das sowieso rüber hier sind wir schon sehr gut auf unterwegs in dem sinne kann aber auch nein wir machen das schon mit dem erstmal jetzt müssen wir nur die häuser suchen die kein wasser hatten hier ist es zum beispiel so passt dann haben die auch wasser und sind glücklich irgendwo noch wasser was nicht fließen kann die sind alle glücklich die auch was ist hier jetzt wahrscheinlich sitzt die fernwärme zu wenig da gute alte kesselstation ja wo kommt die hin dass die frage nach hier wird sie hingehen so dann müssten die jetzt verschwinden oder da haben wir was da haben wir was da hinten haben wir was ja nicht wo sagen die denn jetzt hier bitteschön nicht genug wärme da geht's bis dahinten hin super oder 120 megawatt heizleistung tja weiß ich jetzt auch nicht eigentlich müssten die ja dann hier alle ohne stehen oder wollen wir da mal noch eins zwischen finden die jetzt nicht gut ist klar aber dann passiert hier was mit wärme noch ne so so lässt man nur die wasserleitung jetzt legen weiter da fehlen ja auch noch ein paar stellen glaube obwohl hier hinten ist auch schon warmwasser dabei irgendwo gab es noch kleine abweichungen wo es kein wasser gab irgendwo müssen wir das doch gleich finden oder hier war das da ist es und dann haben die wasser gut ich glaube sonst war überall abgedeckt ne das sieht alles gut aus die haben alle wasser jetzt so das haben wir hier noch pumpendienst okay das ist ja mal was andersrum ne das ist das wasser nicht besorgen sondern das wasser wegbringen verschmutzung die haben wir das schon kein wort dank speichern wasser für knappe zeiten ok könnte man ja jetzt hier so ein einbauen dann oder und dann mit leitungen verbinden und fertig ok mehr geht nicht alles gut da haben wir ein bisschen speicher ist vielleicht auch nicht verkehrt ne was haben wir dahinter noch frischwasser austritt ok macht man teich mit auch sehr interessant ist jetzt aber nicht von nöten glaube ich oder da fällt es dann noch gut dann haben wir das erstmal soweit mit dem wasser gemacht dann geht es um straßen jetzt müssen wir die sackgassen finden die wir hier rechts irgendwo das war die straße mit der straßenbahn vielleicht suchen wir mal über diesen weg da ist es so hier ist er kaputt gegangen das war die o-bahn das ist die straßenbahn ist das die dann gute frage glaube das sieht so aus als ob das die passende bahn jetzt ist ne hier haben wir noch so eine schicke breite aber ich glaube da sind wir da nicht richtig mit unterwegs da war das schon die gut dann können wir die bahn da auch wieder wenn anlegen die linie so verbaut ist es ne genau die sind alle glücklich dann machen wir hier noch einen hin dann gibt es da eine und ja hier muss definitiv lang da wäre irgendwie sowas wie ein umsteiger dann ja wie fahren wir dann wir müssen da hinten an die u-bahn station dran definitiv das macht nur sinn hier da habe ich gar nicht anlegen anhalten sondern da und dann hier zurück dort lang und schließen und alles ist gut ja ganz viele sind zufrieden dadurch straßenbahn entlastet wieder das netz ok erstmal durchgucken ob wir irgendwo noch was sehen dass die linien sind aber überall im fahren ne genau das passt dann schon wieder war nur die eine denke ich mal wo wir geschafft haben das nicht hinzukriegen dass die fährt gut ok hier ist noch eine u-bahn jetzt sollte man hier noch eine straßenbahn mal rein bauen müssen wir schauen kann man das schiff schon auswählen während es da anliegt jetzt ist es auch weg war das nicht gerade da war wohl nicht gerade da dann war das import und nicht export transport ja kommt auch kein schiff gerade oder ich sehe auf jeden fall keins gut ok wir hatten hier einen und da drüben einen das ist ein frachthafen vielleicht sollten wir den uns sowieso sparen komplett abreißen weil wir haben ja da einen frachthafen oder ich glaube den reißen wir komplett weg was sagt denn jetzt hier unsere statistik hier nix 1200 kostet uns jetzt das weil der da ist wenn wir den jetzt hier unten abreißen sparen wir definitiv geld ja denn das kostet ja auch noch so irgendwas ne so rosa da ist er das wird jetzt nicht angezeigt dass sich das ändert muss man nachher nochmal gucken aber ich glaube das geht nochmal runter das ist jetzt frachtumschlagplatz fortschritt 60 prozent die kommen das kommt mit 40 prozent rein und fährt mit 4 prozent nur raus ok kein weiterer zu sehen ok kurz gucken was der macht der fährt mit 0 prozent ja weil der 4 prozent gerade hatte ne und da ist er auch weg wenn er 0 prozent hat dann gibt es keine fracht raus ok hier sieht es gerade noch feuer aus ist aber schon abbebrannt ne wird er schon mal weg noch mal gerade weg gut industrie möchte ganz viel dazukommen wie wir sehen sollten wir dann noch flächen ausweisen die brauche natürlich am ende auch wieder arbeiter das bleibt dann auch nicht aus so dann haben wir aber auch schon genug flächen gemacht noch die weg wieder das war verkehrt denke ich da wollen wir eher kommerz wenn hin machen ja hier hinten würde ich noch ein paar bürogebäude bauen wollen ist ja auch industrie jetzt sind die felder da unten schon besser geworden wo haben wir noch was was grün machen können gute frage hier oben ist alles besetzt hier ist auch ne da ist noch was frei ne das war jetzt auch falsch da machen wir noch ein paar grüne hin dann passt das auch gut hier können wir noch ein paar sag schon Bürogebäude pflanzen das weg da kommt ein einkaufszentrum hin und hier könnten wir noch was rein bauen eine straße dann ne gut aber straße straße sagt mir noch was dass wir irgendwo noch straße fehlend haben irgendwo war noch eine unterbrechung zum beispiel hier wie man gerade sieht das war eine vierspurige mit bäumen in der mitte jetzt funktioniert das da auch wieder die frage wo die anderen stellen alle sind besser kann man sowas ja hier sehen gibt es hier Sackgassenschilder ja gibt es hier da da hier sieht das aber alles gut aus war hier nicht irgendwo noch was wo das kaputt gegangen ist hier sind die straßen alle intakt oder die autobahn am berg ist auch in ordnung hier sieht das alles gut aus hier war noch irgendwo was hier war noch irgendwo was da unten ist noch ein häuser ohne wasser noch das mal schnell fertig hier dann haben wir auch wasser dann wieder zur straße aber über das vielleicht besser das muss hier irgendwo eine stelle sein wo ich da ist es doch was ist das nur für eine straße die da drunter sitzt eine straße mit bäumen links und rechts jetzt diese also die hat es da wahrscheinlich mal erwischt sicher bin ich mir nicht war das die einzigste oder war das hier irgendwo noch was ich glaube hier könnte man definitiv auch noch eine Verbindung her zaubern ne geht aber nicht irgendwo hier meine ich wäre was kaputt gegangen dieses auch nicht muss wohl diese linie gewesen sein die wir da hatten in der häuser schlucht geht das hier durch muss man das gebäude abreißen und dass das möchten wir dann doch nicht ja also hier sieht alles gut aus das wollte ich nehmen da sieht man einfach besser was ne ich weiß gar nicht schön wäre es noch wenn man jetzt die häuser plattstellen könnte ob es da was gibt abknicken umschalten keine ahnung anhebung schritt das ist wenn wir hier eine solle haben wollen wahrscheinlich ne oder abknicken umschalten straßen ok das kenne ich jetzt gar nicht das ist wohl irgendwie auch mal neu gekommen zwischendurch hier wäre jetzt wie gesagt schön straßenmeisterei wenn wir hier definitiv noch die gebäude ausblenden könnten dann vielleicht gibt es auch einen shortcut muss ich mal gucken ok aber ich denke für die folge soll es auch erstmal wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann bis dann bis還 bis Vielen Dank.